hello again my beauties und herzlich willkommen zu meinem zweiten queen related video vielen dank für die tollen reaktionen auf mein unboxing video zur queen collectors edition und heute gibt es so einen kleinen nachschlag dazu vorgestern habe ich erneut post bekommen diesmal aus uk und wer im queen official store bestellt der weiß das wird in der regel eine recht teure angelegenheit heulen und zähne klappern aufgrund des brexits wer da bestellt der muss dann noch mal die steuern dazu bezahlen und die die dhl ob es langsam erhebt noch eine sogenannte auslagen gebühr ja das heißt konkret ich hatte mir ein package bestellt was beinhaltet zum einen die picture disk von queens the miracle dann eine mc musikkassette und dann noch mal die doppel cd zwar habe ich wie gesagt das box set schon aber die doppel cd für den audio für den auto cd player musste einfach her das ganze package hat roundabout gekostet 65 euro 99 meine ich mit diesen ganzen brexit zulagen dann ich sie mal kam noch mal stolze 18 euro dazu also wirklich happig wenn ihr die möglichkeit habt die dinger irgendwo oder die dinge irgendwo anders zu bestellen dann nutzt sie you discover um hier mal ein bisschen werbung zu machen oder amazon natürlich sind dann doch preiswertere alternativen allerdings muss man auch dazu sagen bestimmte artikel releases veröffentlichungen et cetera gibt es eben nur in diesem official store sowie unlängst roger taylor's outsider live vinyl ausgabe ja und auch die cd ausgabe genau also insofern ja manchmal muss man in den sauren apfel beißen der fan tut das gern wenn er denn einen gewissen gegenwert bekommt und ja da fangen wir gleich mal an und gehen in medias res besagte picture disk ich finde es sind immer tolle veröffentlichungen die queen noch mal auf picture disk aufleben lassen allzu viele offizielle veröffentlichungen gab es ja zur original zu original release zeiten nicht so sehr das haben sie dann so vor ungefähr fünf bis zehn jahren kräftig nachgeholt im queen lager und haben vorzugsweise zu den ja anniversary editions gewisser alben noch einmal eine picture disk aufgelegt limitiert das heißt im klartext zum beispiel 40 jahre news of the world das album ist 1977 erschienen und erschien dann als picture disk in einer auflage von sick 1977 exemplaren dasselbe hat man bei jazz durchexerziert und bei the game und bei flash gordon per se ganz tolle veröffentlichung wie ich finde sehr schick ich liebe ja vinyl und ich liebe auch diese picture disk veröffentlichung gerade wenn sie limitiert sind ist da die preis steigerung auch enorm also ich glaube zu dieser news of the world picture disk da muss man schon so locker so 50 bis 100 euro auf den tisch legen in der regel wenn man die bekommen will ja es sind natürlich muss man kritisch sagen auch künstlich erzeugte raritäten dadurch dass sie limitiert sind auch eine gewisse stückzahl da muss jeder selbst für sich entscheiden ob er diesen diesen deal mit geht es ist ja so die die picture des sind per se auch nicht sehr günstig die kosteten regulär irgendwo bei 25 euro 26 euro bis 30 euro diese hier the miracle noch mal ein paar tacken mehr lag bei 35 euro wenn ich mich recht im sinne ja da klagen ein manchmal schon gewissensbisse bei diesen veröffentlichungen dasselbe gilt nämlich auch für die brian may picture disk die im rahmen seiner gold series noch mal aufgelegt worden sind da habe ich immer so ein bisschen bauchschmerzen weil wenn ich jetzt sehe diese picture disk hat eine auflage von 4000 exemplaren also gut doppelt so viel mehr als doppelt so viel wie die picture disk die damals zu diesen jubiläen erschienen sind von denen ich gerade sprach gut jetzt hat natürlich jeder fan ungefähr die möglichkeit ein exemplar zu ergattern ist es auch mal limitiert worden auf eine gewisse stückzahl die man bestellen konnte aber der reiz ist so ein bisschen flöten gegangen dadurch und wenn man mal in den online store schaut dann sieht man die picture disk ist nach über einer woche über einer woche nach release nach wie vor erhältlich dasselbe bei den brian may picture disk beziehungsweise diese back to the light die ist nach wie vor erhältlich da merkt man schon der markt ist auch so ein bisschen abgegrast kann natürlich auch sein dass die ausländischen fans jetzt ein bisschen zurückhaltender sind mit bestellungen aufgrund dieser ganzen brexit brexit und steuer geschichte ist insofern ja aber wie ich finde eine ein schönes stück tatsächlich und tracklisting ist das ist das gewöhnliche vom album also nichts neues aber ich finde es ganz nett und sammel ja auch wenn es ein bisschen teurer geworden ist tatsächlich noch weiter was was ein bisschen seltsam ist queens und irgendwann davon abgerückt zu alben jubiläen diese diese release oder diese diese picture des releases zu veröffentlichen ich sprach ja gerade von der game ich sprach von flash gordon und jazz zum beispiel die alle ja zum 40 jahrestag eben als picture disk veröffentlicht worden sind das haben sie zum beispiel bei hot space nicht gemacht 1982 veröffentlicht jetzt nach 40 jahren wäre es mal fällig ich glaube nicht wenn ich auf den kalender schaue dass da noch vor weihnachten irgendetwas passiert das ist schade weil gerade dieses album was ich sehr schätze und liebe trotz aller kontroversen die sich daran aufhängen dieses album hätte ich wirklich sehr gerne als picture disk gehabt aber gut wer weiß was da noch kommt im queen lager ja dann wie gesagt zu diesem package gehört auch eine musikkassette wieder heiß im kommen komischerweise kassetten musikkassetten lange zeit totgesagt hier zumindest in deutschland aber es gibt beinharte sammler die sich tatsächlich auf diese dinge konzentrieren und ähm ich finde ich habe so ein bisschen mit dem es war im zufallskauf weil ich dieses package wie gesagt geordert hatte äh bei brian mays back to the light ähm habe ich das ähnlich gemacht bei dieser gold series und ähm ja ich bin nicht so der der ultra kassetten fan aber es hat was muss ich sagen ist ähm ist nett und wenn ihr genau hinschaut ich habe sie nicht mal ausgepackt ähm irgendwie traue ich mich nicht weil die mcs sind auch extreme wert und kapitalanlagen gerade so die die älteren veröffentlichungen also ähm man kann da noch schon den ein oder anderen euro mit machen wenn man die originale äh verkauft habe ich nicht vor aber ich freue mich so ein bisschen das aufzumachen tatsächlich gut ähm und dann eben last not least noch mal die doppel cd die ähm wie heißt jetzt genau ist ja nicht die collectors edition die äh deluxe edition ist das genau einmal das normale album und die zweite cd ähm das ist die cd die auch in der box ja im grunde das highlight schlechthin ist the miracle sessions ähm wo ihr sämtliche tracks des albums in original in rough cut versions in demo also quasi in ihrem entstehungsprozess hören könnt ähm mit unfertigen lyrics mit anderen instrumenten zum teil ähm ja das ganze hat einen und jetzt komme ich mal auf ein bisschen review was mir als ich das unboxing video gemacht habe fehlte ähm ich habe mittlerweile reingehört und muss wirklich sagen also diese cd ist über jeden zweifel erhaben diese session cd ähm es ist der schlichte wahnsinn man kommt sich vor als wenn man im controlling room des studios sitzt und dabei zuhört wie dieses geniale album entstanden ist man hat dieses studio gequatsche von freddy john roger und brian immer wieder zwischendurch ähm ja die die instrumente werden gestimmt ähm ja fangend wie gesagt zum teil anders an äh es ist also wirklich ein erlebnis und ähm wer sich die teure unbox wer sich die teure box nicht gönnen kann oder will ähm dem sei zumindest die doppelste d ans herz gelegt denn da findet ihr genau diese genialen versionen drauf und noch einige bislang unveröffentlichte tracks und auch da habe ich mich jetzt mittlerweile ein bisschen schlau machen können weil ich reingehört habe you know you belong to me ist eine wunderschöne akustik gitarren ballade von brian auch mit brian an den lead vocals ähm und water ebenso auch ein 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 sehr ruhiger äh ja ein bisschen sphärischer song kann man schon sagen mit mit gewissen sinti effekten die diesen wasser effekt simulieren auch mit brian an den vocals also ganz ganz tolle geschichte dann ich sprach im unboxing video schon darüber face it alone dieses ausgegrabene schätzchen was man wieder aufpoliert hat ein demo und wenn man das hört was die raus gemacht haben face it alone ist ja auch als single erschienen da muss man wirklich den hut ziehen vor freddys gesang leistung wieder mal weil jedes demo mit freddy finde ich ist immer noch 100 mal besser als als jeder chart song der sich heute irgendwo so rumtummelt ähm gesanglich eine ganz andere welt und ähm ja da kann man wirklich sagen das warten auf diese schätzchen hat sich gelohnt i guess we're falling out das ist ja auch ein relativ bekanntes demo hier nochmal in einer anderen version und das ist nochmal ein 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 ganz gehöriger pluspunkt dieser miracle session bonus cd ähm viele von euch viele hardcore fans kennen mit sicherheit das ein oder andere demo schon von i want it all von scandal von jetzt muss ich selber mal wieder schauen was noch drauf war invisible man wir erinnern uns auf der 2011 re-release geschichte war ja auch schon ein early vocal take mit roger an den vocals zu hören aber was das genial an dieser bonus cd ist dies sind alles komplett neue versionen die man so in dieser fassung noch nirgendwo gehört hat und das finde ich absolut genial und das lässt auch mir als fan das herz aufgehen also insofern hat sich die anschaffung in dem sinne extrem gelohnt muss ich sagen ja dog with a bone ist wie gesagt ein ein fan club song oder beziehungsweise entstand während der american sessions während auch die uk fan club convention stattfand und man hat diesen song damals für die fan club mit wieder gespielt mit grußbotschaften der einzelnen band mitglieder also unbedingte kaufe empfehlung miracle session beziehungsweise die doppel cd die günstige variante zum zum großen box set wenn man so will ja ich hatte in meinem ersten unboxing video auch ein paar tolle reaktionen und ein user hat sich mit mir auch darüber ausgetauscht ähm und wie ich finde auch zurecht moniert dass ja es leider bei queen so ein bisschen mangelware ist was diese demos angeht und äh wenn man überlegt wie wie voll diese schatzkammer ähm von queen ist und gerade diese session cd ist der beste beweis dafür wie ich finde äh dann äh ja tut es einem als fan schon ein bisschen weh wenn dann zum 36 mal greatest hits veröffentlicht wird klar es gibt eine völlig neue fanbase auch was queen angeht nicht zuletzt durch den film bohemian rhapsody und ähm diese diese base muss ja auch bespielt werden aber wir langjährigen fans wünschen uns natürlich viele unveröffentlichte sachen ähm gerade diese demos diese outtakes das sind sachen die uns auch als fans noch mal ganz tief eintauchen lassen in die entstehungsprozesse der queen songs und ähm wenn man so reinhört bekommt man auch ein gefühl für die strukturen der songs und wie sie aufgebaut sind gerade bei the miracle session ist mir aufgefallen dass auch bryans gitarren arbeiter exzellent ist und und viel ausgeprägter viel intensiver ist als es dann letztlich auf dem album erschienen ist und äh ja das sind diese dinge warum wir sie gerne hören möchten liebe queen productions also greift in die schatzkammern scheut euch nicht und besagter user äh unter den kommentaren des unboxing videos könnt ihr es lesen nachlesen ähm monierte auch ja dass zum beispiel brian da relativ nachlässig war was diese ja groß gehypte gold series anging ähm per se ja tolle alben wie ich finde und ich weiß auch dass rundherum eine menge material entstanden ist ähm was mit sicherheit auf dieser box platz gefunden hätte und mit sicherheit ein absolutes goodie gewesen wäre das riecht dann leider immer so ein bisschen nach schnellschuss bei diesen geschichten bei diesen wiederveröffentlichungen ad hoc ist brian may im studio und äh arbeitet an einem neuen part der gold series diesmal geht es um die wiederveröffentlichung der starfleet project geschichte das war ja ursprünglich eine ep mit vier fünf songs roundabout hochkarätig besetzt mit eddie van halen an der gitarre noch ähm ja und anderen gastmusikern ähm gut warten wir mal ab was daraus wird wie gesagt es war eine ep das ganze jetzt noch auf zu pushen als box set oder wie auch immer da bin ich sehr gespannt ob brian da so ein bisschen seine scheu überwindet und vielleicht tatsächlich mal in die schatzkammer greift und wirklich unveröffentlichtes rares material rauskramt und nicht nur irgendwelche b seiten oder oder zusatztracks dies schon ja auf den ursprünglichen veröffentlichungen gehabt die hoffnung stirbt zuletzt aber zuvordererst the show must go on wenn es euch gefallen habt dann lasst mir gerne ein like da und ja vielleicht liegt auch meine seite kai kurgan ich würde mich freuen und habe blut geleckt und mache weiter das nächste video kommt bestimmt vielen dank macht's gut